Daten. Der Abzug der US-Truppen soll im Prinzip Ende 2011 abgeschlossen sein und es ist damit zu rechnen, dass Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen einen Teil der Soldaten ersetzen werden. Und dadurch wird nicht nur das Jahreseinkommen der Firmen, sondern natürlich auch die Zahl ihrer Verluste steigen. Die Verluste sind hoch, aber zu den Vorteilen der Beschäftigung privater Firmen gehört, dass die Medien darüber sehr viel weniger berichten als über den Tod amerikanischer oder französischer Soldaten. Als in Afghanistan im August 2008 an einem Tag zehn französische Soldaten ums Leben kamen, rief das in Frankreich tiefe Bestürzung hervor. Die Öffentlichkeit in den demokratischen Staaten mag es nicht, wenn ihre jungen Soldaten in weit entfernten Ländern eingesetzt werden, wo sie aus nicht immer leicht nachzuvollziehenden Gründen getötet werden können. Ein letzter Aspekt ist, dass diese Konfliktsituationen vor Ort natürlich starke Spannungen erzeugen. Und Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen haben sich zahlreiche Übergriffe zu Schulden kommen lassen. Im Abu Ghraib-Gefängnis kam es 2004 zu besonders entwürdigenden Misshandlungen von Irakern, an denen auch Personal der Sicherheitsfirmen CACI International und Titan Corporation beteiligt waren. Der damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hatte nicht einmal den Anstand zurückzutreten, als diese Demütigungen in der ganzen Welt bekannt wurden. Im August 2007 töteten Mitarbeiter der Firma Blackwater 17 irakische Zivilisten bei einer Schießerei am Nisurplatz im Bagdad. Sie wurden anschließend in den USA vor Gericht gestellt. Aber die Anklage wurde zurückgewiesen. Der Staat der solche Firmen beauftragt, wird bei Verbrechen ihrer Mitarbeiter nicht belangt, da ihr juristischer Status nicht klar ist. Den Genfer Konventionen zufolge können sie weder als Kombatanten noch als einfache Zivilisten, aber auch nicht als Söldner im herkömmlichen Sinn angesehen werden. So entziehen sie sich jeglicher Gerichtsbarkeit und jeglicher Definition. Die US-Armee zieht sich aus dem Irak zurück und wird vermehrt in Afghanistan tätig. Und die privaten Militärfirmen werden ihr folgen. Sehen wir uns also den derzeitigen und künftigen Krieg in Afghanistan an. Auf dieser Karte sehen wir die Militärregionen der ISAF, also der NATO-Streitkräfte. 2009 machte das vom US-Verteidigungsministerium beschäftigte private Personal 57 Prozent der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan aus. Dieses Verhältnis, mehr als jeder Zweite, ist im Fall Afghanistan besonders problematisch, da die NATO-Truppen dort sowohl mit dem Wiederaufbau als auch mit dem Schutz der Bevölkerung und der Bekämpfung aufständischer beauftragt sind. Bei diesen unterschiedlichen militärischen Schauplätzen wird deutlich, dass die Beschäftigung ziviler Mitarbeiter zwar der Tendenz zur Privatisierung zahlreicher Bereiche und der Auslagerung aus den offiziellen Armeen entspricht, aber auch viele juristische und ethische Fragen aufwirft. Um diese Fragen zu beantworten, unterzeichneten Ende 2008 17 Staaten das sogenannte Montreux-Dokument, mit Grundsätzen zur Beschäftigung von Mitarbeitern privater Sicherheitsfirmen. Sie gelten für drei Kategorien von Ländern, die Staaten, die Verträge mit solchen Firmen abschließen, die Staaten, in denen die Firmen tätig werden und die Staaten, denen die Firmen in steuerlicher und juristischer Hinsicht angehören. Aus Südafrika stammen besonders viele Mitarbeiter privater Militärfirmen. Das Land hat als erstes ein Anti-Söldner-Gesetz verabschiedet und versucht es seit 2006 zu verschärfen und dem neuen Profil der Sicherheits- und Militärfirmen anzupassen. Und in den USA möchte die Regierung die Koordination zwischen der Armee und den Vertragsfirmen verbessern. Der Uniform Code of Military Justice wurde 2008 dahingehend geändert, dass die Firmen völlig der amerikanischen Kommandostruktur unterstellt werden sollen. Wird es aber gelingen, diese Regeln durchzusetzen? Denn die Nachfrage ist groß und es gibt zahlreiche instabile Regionen unterschiedlichster Natur. So geht zum Beispiel die Zahl der von den Staaten für Friedensmissionen zur Verfügung gestellten Blauhelmsoldaten zurück. Und die privaten Firmen sind effizienter, nicht von der schwerfälligen Struktur der Vereinten Nationen abhängig und zudem noch kostengünstiger. So soll ihre Beschäftigung fünfmal so billig sein wie der Einsatz von UN-Truppen. Die Vereinten Nationen sind dagegen, aber die Firmen betreiben intensive Lobbyarbeit, um neue Märkte, vor allem bei Friedensmissionen zu erschließen. Es handelt sich dabei also um eine sehr komplexe Angelegenheit, die direkt die staatliche Souveränität betrifft. Denn diese privaten Firmen üben Gewalt aus, die eigentlich das Monopol des Staates ist. Mehr darüber, wie private Armeen die US-Truppen ersetzen, erfahren Sie in Irak, Ter Mercenaires bei Favre, einem Buch über den American Way of War. Genauere Angaben finden Sie unter arte.tv.